Eine gute Leistung. Und weiterhin steht die Null. Klasse Leistung vom Torhüter bis hierhin. Ein super Tor aus der Distanz und der geht tatsächlich rein. Das war ein toller Schuss aus der Distanz. Den hat der Keeper spät gesehen. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Auch und besonders da nicht. Ja genau, sowas wollen wir hier sehen. Was für ein Distanzschuss. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Spät.